Musik Zur Vorübung für die Triangel führt ihr folgende Bewegung aus. Ihr hebt die Hüfte und schließt die Beine wie eine Triangel in der Luft. Dann andere Seite, der Fußspann geht in die Kniekehle hinein. Ich strecke den Körper, schließe die Triangel und gehe wieder nach unten. Als nächstes der Propeller. Für den Propeller setze ich mich im Langsitz nach vorne und blicke bei der kompletten Übung immer in die gleiche Richtung. Nun führe ich meine Beine zur Seite, lege mich auf den Bauch und die Füße kommen auf der anderen Seite wieder nach vorne. Wenn möglich, berühren die Füße nicht den Boden und die Beine sind dabei geschlossen. Kniekehle